Die Geschichte mit Lün ist inzwischen abgehakt. Sie hat ihren Großvater gefunden, Heurika. Und aus dieser Seite hat es ein Happy End gegeben. Ein Jahr ist nun vergangen und in der Zwischenzeit ist der Marquess von Ferai, Lord Elbert, spurlos verschwunden. Und sein Sohn Eliud macht sich nun auf den Weg, ihn wiederzufinden. Seine Leibgarde, Marcus und Loven, haben sich bereit erklärt, ihn dabei zu unterstützen und zu beschützen. Gut, das war auch ein guter Treffer, beziehungsweise, ja, gut pariert. Und wir haben im letzten Part noch Bartre und Doggers getroffen, die ja hier so schön einen trinken waren. Haben dann gemerkt, Lord Eliwood ist hier auf der Suche nach, beziehungsweise auf einer Mission. Und sie haben sich dazu bereit erklärt, mit ihm zu kämpfen. Du kannst mal besuchen, mein Wortkarger, Axtschwinge. Ihr könnt gut mit Waffen umgehen, aber versteht ihr auch das Prinzip der Waffenlevel? Je öfter eine Waffe eingesetzt wird, desto mehr steigt euer Geschick mit dieser Waffe. Den höchsten Level kann man jedoch nur mit einem Waffentyp erreichen. Aber wenn ich euch so ansehe, wird dies nicht so bald geschehen. Ja, dankeschön. Ja, gut, Waffenlevel haben wir auch schon öfters mal gehört. Also, es fängt mit E an, D, C, B, A, das Alphabet rückwärts. Und die höchste Stufe ist S. Bei ihm wäre es, glaube ich, ja, bei ihm ist die Frage, Schwert oder Lanze? Was wird es wohl sein? Ich weiß jetzt nicht genau, ob das vorgegeben ist. Je nach Item, ob es sowas gibt oder ob das per Zufall kommt. Keine Ahnung. Vielleicht ja auch mit ganz normalen Level-Ups. Ich meine, hier sieht man ja an dem roten Streifen bei der Axt, dass das C irgendwann voll ist und dann wird es halt Klasse B. Und bei ihm ist es noch gar nichts, weil ich noch gar nicht mit ihm gekämpft habe. So einfach ist das. Ach ja, und das ist ja noch Rebecca. Eine Schützin, eine Bogenschützin, die hier heimisch ist in diesem Dorf. Dass dummerweise von diesen Banditen eingegriffen wird. Und ja, unsere Aufgabe ist es erstmal, die zu verjagen. Puff. Ah, das war knapp. Ja, und unsere gute Rebecca, die hat sich dann auch bereit erklärt, weil sie mit Pfeil und Bogen immerhin umgehen kann, nicht ganz wehrlos ist, dass sie auch weiter kämpft. Und ja, du stellst dich mal da hin. Und du hier. Und du hier. Und du kannst ein bisschen helfen. Da ist ein Händler. Bei dem werde ich auch mal shoppen gehen. Ja, Heilmittel kann man immer gebrauchen, würde ich mal sagen. Alle Hände voll. Na gut, okay. Ach so, der hat ja noch das Draco-Schild vom letzten Part. Hm, okay. Aber egal. Dann können die anderen sich das noch abholen, sag ich mal. Er hat ja auch noch den Energiering. Dann frage ich mich nur, ist das zufällig der Energiering, den wir im letzten Kampf bekommen haben, den ich einfach nur vergessen habe, übereinzusetzen, oder ist das ein anderer? Fragen über Fragen. Ein junger Reisender hält sich beim Dorfmagistrat auf. Ist wohl seit einigen Tagen schon da. Ich weiß, ihr glaubt, er ist sicher nur einer dieser nichtsnutzigen Hofschranzen, die um Almosen bitten. Aber in dem steckt mehr. Diese Augen. Ihnen entgeht nichts. Er hat eine Mission zu erfüllen. Puh. Das klingt ja fast nach einem Charakter, der sehr wichtig sein würde. Naja. Oh, Eliwood, mach jetzt nicht. Oh. Das Waffendreieck ist mit uns. Level Up! Boah, was ein lächerliches Level Up. Nur KP. Das ist also gerade für einen Protagonisten doch ein bisschen ein bisschen erbärmlich. Sorry, aber du musst noch was lernen. Jawohl, mach einfach. Gut, ähm. Ja, die haben mich ein bisschen eingekesselt, aber ich glaub, das krieg ich hin. Jo. Jo. Puff. Ich mach so gern dieses Geräusch. Ich weiß, das ist total sinnfrei. Aber egal. Und Bam! So, und direkt aus nächster Nähe zwei Schläge und weg ist er. Bams! Und Bumm! Level Up! Level Up! Level Up! Ja, so sieht's doch viel besser aus. So sieht's doch viel besser aus. Gut, die Musik schlägt um. Dann kannst du auch noch ein paar Heile-Items kaufen. Wird sich später noch als nützig erweisen. Gut, der macht nix. Boah, Ellivote, du bist sowas von kaputt. Und jetzt mach ich den kaputt. Was soll das denn? Ein Haufen von Kindern, die mit uns spielen wollen. Ihr glaubt, ihr könnt mich herausfordern? Was? Ritter von Ferrer? Das ist unmöglich. Das denkst du. Ich merk grad, ich hab die falsche Waffe gewählt. Egal. Ich dachte, das Bleib würde sich endlich zu meinen Gunsten wenden. Dachtest du? Gut, jetzt haben wir unser Soll hier getan. Was ist hier eigentlich? Das ist nur eine Festung, ne? Ja, okay. Hat sein können. Wir setzen! Ihr seid sicher, Lord Ellivote, nicht wahr? Unser tiefster Dank für die Rettung unseres redlichen Dorfes sei euch gewiss. Dank ist nicht nötig. Es ist die Pflicht eines Lords, sein Volk zu beschützen. Wenn es nur so wäre, Milord. Dem Volk von Laos ist ein solcher Schutz gänzlich unbekannt. Ihr Marquess-Lord Darin ist zu sehr damit beschäftigt, sich auf den Krieg vorzubereiten. Er ignoriert alle Beschwerden, Banditen und Diebe betreffend. Er bereitet sich auf den Krieg vor? Seid ihr sicher? Niemals würde ich euch belügen, Milord. Bis vor wenigen Tagen lebte mein eigener Bruder in Laos. Sein Zuhause wurde niedergebrannt und ihm blieb keine andere Wahl, als hierher zu fliehen. Laut seinen Aussagen könnte Laos jederzeit unter Kriegsrecht gestellt werden. Der Krieg ist das beherrschende Thema auf den Straßen von Laos. Lord Elleword, wenn dies wahr ist, ist die Situation nicht leicht zu nehmen. Wenn sich Marquess-Laos auf den Krieg vorbereitet, so ist sein Ziel vermutlich ein anderes lysianisches Territorium. Vielleicht hat dies etwas mit dem Verschwinden Lord Elbert zu tun. Mein Vater und Marquess Laos? Diese Verbindung scheint mir sehr dünn zu sein. Doch sie ist so gut wie jeder andere Hinweis auf seinen Verbleib. Lasst uns nach Laos aufbrechen. Wir müssen mehr erfahren. Vielen Dank für eure Führung, Chibi. Wie lautet euer nächstes Ziel? Wenn ihr keine andere Destination vor Augen habt, könnt ihr doch mit uns kommen. Unsere Gruppe ist eine kleine und wir haben nur ein Ziel, meinen Vater zu finden. Ich weiß nicht, wohin uns diese Suche führen wird, aber euch bei uns zu wissen würde uns viel Kraft geben. Ja, dann ihr werdet uns begleiten blendend. Vielen Dank. Ich bete dafür, dass wir euch keinen Grund geben werden, eure Entscheidung jemals zu bereuen. Also dann, auf geht's. Rebecca, wo hast du vor hinzugehen, junge Dame? Vater, ich habe die Absicht, Lord Elliewood zu begleiten. Mach dich nicht lächerlich, Mädchen. Lord Elliewood ist nicht zu einem Picknick unterwegs. Er zieht geradewegs auf große Gefahren zu. Das weiß ich, Vater, deshalb möchte ich auch gehen. Wir schulden ihm unser Leben und ich möchte meine Schuld begleichen. Mein Bogen mag zwar nicht so stark sein, aber ich weiß, dass ich dienlich sein kann. aber... Und Vater, vielleicht treffe ich auch auf meinen Bruder. Ihr seid der Magistrat. Ihr habt gewisse Verpflichtungen. Ich... Das ist alles, was ich anbieten kann. Ich muss es tun. Bitte, Vater, lasst mich ziehen. Meine Güte, du bist genauso stur, wie deine liebe Mutter war. Es tut mir leid, Vater. In dieser Angelegenheit musst du dich Lord Eliwoods Willen beugen. Gibt er sein Einverständnis, dort zu gehen. Vielen Dank, Vater. Lord Elbert war immer gut zu uns. Folge seinem Sohn mit einem reinen Herzen Rebecca. Diene Lord Eliwood gut, so wie ich einst seinem Vater diente. Das werde ich, Vater. Tschüss. Jo, wunderbar. Gut. Ja, wir haben jetzt nur elf, zwölf Minuten rum, würde ich mal sagen, aber ich würde jetzt doch ganz gerne pausieren. Der Part ist jetzt halt ein kleines bisschen kürzer als alle anderen, aber ja, hab ein bisschen Verständnis. Ich muss jetzt gleich nämlich ganz schnell wohin. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt und merke, so viel Zeit habe ich dann doch nicht mehr und wenn das jetzt ein bisschen länger dauert wegen Dialogen. Also, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter und wenn euch der Part gefallen hat, wieder ein Däumchen nach oben geben oder auch einfach mal so, um mich zu unterstützen, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Bis bald, Timi-Tschüss!